Was ich auch ganz schlimm finde, sind so diese Enkeltrick-Betrügereien, wenn du da wirklich so die alten Leute dann ausnutzt, damit die ihr letztes Erspartes dann dem Enkel geben, den sie noch nie gesehen haben, aber der hier ganz große Geldprobleme hat. Willst du fahr? Achso, ja, warte. Ich schätze, das Boosten müsste mit E gehen. Hm, warte. Mal kurz gucken. Ja, oh Gott, ja, 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 okay, ja, ja, funktioniert super. Es ist... Hab's leider nicht gesehen, ey. Internet wieder. Achso. Aber gut, ich weiß dann, wie du siehst. Achtung, warte, ich häng grad hier ein bisschen fest, jetzt hab ich fast die Leute umgefahren, aber wir leben noch. So schlimm war's dann doch nicht. Hallo, komm mal wieder weg, danke. Komm ich hier durch? Ich bin nicht so breit. Warte mal. Aber es ist trotzdem... Wir müssen sowieso auf den Highway. Ja, trotzdem ein bisschen sehr unhandlich, weil da ist halt irgendwie... Die, die, der Abstand zu vorder- und... ...hinterheifen ist irgendwie sehr ungewöhnlich. Das ist ein ziemlich langes Fahrzeug. Und ungewohnt, ja. Kannst du eigentlich jetzt schon links drüber ziehen, dann springst du direkt auf den Highway. Hm. Okay, gut, äh, nee, ich sag's vielleicht lieber nicht, weil mir fällt grad noch ein. Wahrscheinlich bist du grad an der ganz anderen Stelle als mir angezogen. Ich hab's aber... Ich hab's aber... Ich hab... Ich hab deinen... Deinen Vorschlag hab ich umgesetzt, aber... War nicht so gut. Oh, Gott, oh... Oh, ja, da kam grad ein Auto aus dem Nichts. Aber ich verstehe da nicht, warum Also der, der fährt Der fährt ist ja flüssig, ne? Der muss ja doch eigentlich auch Stocken, oder? Nein, weil da läuft es ja gerade Auf dem System Ach ja, stimmt, ja, Entschuldigung Du musst ja jetzt quasi nur Empfangen Wo ich mich gerade auffalte Und ich bin ja einfach nur dein Beifahrer Da muss ja nicht viel gesendet werden Aber ich muss jetzt gerade zum Beispiel empfangen Wo du dich gerade mit Augen befindest Oder auch, was du damit machst Ja, also ich bin da Bist du auch mit? Du kannst die Lenkraketen auch verwenden Ja, warte mal, was gucken War das, äh, was drücke ich da? Oh, nicht eh, auf jeden Fall Wacht und wechsel ich Ich weiß ja nicht, was das Mal die Konkurrenkastatur war Oh, ja, ja, ich hab's Warte, warte, ich bin doch gerade ein bisschen doof Ja, warte Oh Gott Moment Warte, einfach mal kurz weg den Arm Mit Arm, Hippie Egal, die waren alle jetzt hier wegge... Hallo Die waren doch nur Frieden Ist mir egal Chemiefeld... Wo waren denn jetzt diese Chemie... Ach da! Okay, hä? Was? Was ist in den Zelten drin? Hm Wollen wir uns aufpassen, dass ich jetzt den armen Leuten hier jetzt noch... Geht das jetzt irgendwie so? Äh, sonst, ich schreib mal aus Ja Ey, mach die mal leer Ja Ich ärgere mal die Hippies So... Wollen wir die mal... Also, kann ich ja auch nicht sagen Ich... Ich würde die mal alle wegschießen Warum darf man das nicht sagen? Oder darf man das auf YouTube nicht sagen? Also, weiß ich... Oh Gott, Entschuldigung Weiß nicht, kann ja sein, dass sich da jemand getriggert fühlt Irgendwie Wenn man so wegbomben sagt Also, sagen darf man es auf jeden Fall bei YouTube Meines Wissens nach Hast du gemerkt, dass es dir hinterhergelaufen ist? Ja, ich... Ich wollte gerade fragen, ob du einsteigen willst Geil Achso, müssen wir den Bus nehmen Stimmt, wir müssen irgendeinen Bus nehmen Oder? Ach, glaube den gelben hier, oder? Glaube ja Hm... Fynn, da müssen wir jetzt die Standorte Ich frage mich, ob wir danach auf den Van verzichten können Weil der ist ja jetzt nicht gerade schnell Hm... Wo bist du jetzt hin? Der ist definitiv alles andere als schnell Ja, warum fährst du dann weg? Weiß nicht Ein Stück raus, damit das liegt Achso, okay Hatte ich schon wieder Angst, dass es hier online wieder sagt Ja, ich glaube, wir können auf den Van verzichten Das macht die Sache um einiges leichter Aber die müssen wir... Ah, wir müssen die nur zerstören Ja, perfekt Das ist easy peasy Ach, die hast du glaube ich... Hast du die schon leer geschossen? Man kann die leer schießen? Man kann die leer schießen? Ich glaube, eine ist da noch drin Okay... Ja... Das Radio ist auch wieder sehr interessant Was? Das Radio? Hm... Was er gerade gesagt hat, der Typie Achso, ich habe bei mir Radio aus Achso Beziehungsweise Musik allgemein Achso Achso Ich höre meistens beim Zocken nebenbei über YouTube Musik Ja Achso, ah ja... Ich hab mal... Und wieder aufgedreht Weiß die Missionsmusik Mhm Mhm So, jetzt... Oder? Ist das stört, ne? Ja Ja, richtig Ist ja easy Hm Gucken wir, wo die anderen jetzt sind Ich hatte das anfangs noch mit dem Van gemacht Um Gottes Willen, da kommst du ja... Da bist du erstens nicht nur langsam, sondern verfolgen auch immer wieder nochmal zusätzliche NPCs Mhm Aber ich bin auch in der Muskel ein oder zweimal gestorben Mhm Und die Frage, wo ist denn der andere jetzt? Mal... Oh... Ja gut, das weiß ich nicht ganz so... Ja... Einfach hier den Kaktus noch mit... Mhm... Weil die hattest du mit Slowie noch gemacht, ne? Die hier? Ja, also... Die erste Dosis-Reihe, da war ich glaube ich noch nicht dabei gewesen Ne, du bist glaube... Ne, da warst du nicht dabei, die hab ich mit Slowie gemacht Die ersten... Ne, die ersten zwei bei den 73 haben dann gescheitert Ja Dann kamst du... Beim letzten Mal... Bei der 4? Kamst du bei der 4? Ne, ich glaube erst bei der letzten Dosis-Reihe Achso Das kann sein, ja Entschuldigung Aber wo siehst du, wieviel Raketen man noch hat? Vorne am Auto Achso Ähm, da sind ja die äh... Raketen In diesen ähm... Links und rechts diese kleinen Löcher Achso Da sehe ich jetzt... Eine Oh... Ja Ja Also da sieht man so eine rote Kappe von der Rakete In dem Loch Mhm Ja Hallo Das ist die Reserve... äh... Rakete Achso Habe ich alles zerstört? Upsi Achso Oh, das Altru... Altruisten-Wager Mhm Das ist auch glaube ich das Kannibalen-Dorf, oder? Hm, genau Hm, genau Ja Dann müssen wir jetzt mit dem noch hier den Berg hoch fahren Gibt es eigentlich so Formel 1? Was? Das Auto kann nur nicht schwimmen Was? Das Auto kann nur nicht schwimmen Ah, da kommt schon einer ab, wo der fällt in die falsche Richtung Was für ein Opfer Die Schüsse müssen wir nicht nehmen Ja Oh, um Gottes Willen Oh, um Gottes Willen Oh, um Gottes Willen Aber läuft es bei dir jetzt flüssig vom Fahren her, oder stockt das noch? Teilweise stockt das Oh, um Gottes Willen 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 Das müsste, glaube ich, dann zu Ende sein, oder? Ich weiß es gar nicht, oder? Ach, nee. Nochmal. Äh, helfe. Warte mal. Ähm, magst du sonst noch mal aus dem altruisten Lager rausfahren? Ja, warte. Warte, warte, warte. Ich würde ganz gerne was probieren. Ich mach hier mal eine schnelle, also einfach zu der Hauptstraße da runter. Oh, ja, ja. Warte. Vielleicht können wir noch mal ein anderes Fahrzeug ausprobieren, was mir ganz gut helfen könnte. Oh, oh, oh. Einfach da runter boosten. Ja, oh. Perfekt. Ja, sehr gut. Ha. Aufstieg wohl. Oh. Okay, muss das Fahrzeug eben einlangen? So, dann gucke ich mal, ob ich ein nettes Spielzeug für uns bestellen kann. Das wäre jetzt, glaube ich, zu geil, damit da reinmarschieren. Nö. Hä, wo ist meine Basis? Oh nein, sag nicht, das geht nicht. Nee, die wird gar nicht angezeigt. Okay, dann hätte ich noch was anderes. Mhm. Du musst aber kurz gucken, wo das ist. Oh Mann, ey. Mhm, das ist gut. Ah, schade, kann man nicht benutzen. Ah, schade, schade. Ich dachte, jetzt den MTV organisieren, weißt du? Also. Also, halt einen Wagen mit dem Geschütz oder halt den Raygun-Panzer, der wäre auch perfekt. Ähm. Ja gut, dann können wir auch wahrscheinlich wieder den Vigilante bestellen und, äh, mit Lenk-Paketen, dann ist der doch am effektivsten hierbei. Stimmt, ja. Oh. Ach so, der ist da. Gespawnt. Gespawnt. Mal gucken, wer schneller da ist. Oder ich. Weil ich glaube, erst mal einen MPC-Wagen. Naja, du bist schneller da. Ganz sicher. Mal gucken, ob du es auch schaffst, da, äh, wieder genauso genial hochzuboosten. Oh Gott, nee, ich glaube das. Okay. Aber jetzt hast du, müsstest du wieder volle, ja genau. Ja. Raketen sind wieder voll. Dann kannst du einfach mit Raketen reinballern. So. So. Ist die Frage. Ich, ich fahr mal von links. Ich glaub, da hast du, denk ich mal. Weißt du da was Schönes? Nein. Ah, okay, das war jetzt ein bisschen, das war jetzt suboptimal. So. Aha. Oh, da war ein Baum. Oh, Moment, 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 ja, ja, ja. Siehst du die gelbe, den gelben Balken? Ja. Ach, das ist wohl hier, ähm, das, ähm, Boost-Dingens? Ja, genau, richtig. Dann kannst du sehen, ob das, ähm, aufgeladen ist. Achso. Der braucht mal kurz, äh, Bodenkontakt, damit er auflädt. Achso, okay. Und die Frage, warte mal. Achso. Oh, verdammt, warte. Oh, verdammt. Jetzt. Na, das Rammelfelm weggehämmert. Aber das erkennt er nicht. Oh, okay, doch. So, was sehen wir jetzt? Achso, die Walküre. Achso, hier da oben, ne? Eigentlich auch anvisierbar sein. Okay, warte mal, ich geh mal kurz raus. Wir müssen ja eigentlich zu uns kommen, oder? Da glaube ich noch zwei Raketen. Ja. Zwei Versuche. Also, die Frage, bleibt das jetzt dort, die Walküre? Gut möglich. Warte mal. Wie anvisiert? Ja. Na, fuck. Nee. Warte. Hm, 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 hm. Na, ist schwierig. Ah, okay, dann, ähm, vielleicht aus dem, äh, Lager rausfahren. Hm. Da kann ich mal schauen, ob ich die, äh, den mit, ähm, der Raygun erwische. Hm. Oh, da folgt uns jetzt. Genau, hier sind wir. Ach, ist ja auch, auch gut. Äh, äh, ja, äh, ups. Shit, ich glaube, damit ist die Mission, ah, ne, doch nicht. Okay, haben wir Glück gehabt. Ja. Okay. So. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Ja, okay, mit dem, äh, Batmobile hat es das erledigt. Hm. Da hat er nicht mehr standgehalten, sozusagen. Ja, das war ein Explosivgeschoss von der Walküre. Oh, oh. Na, okay. Mission bestanden. Hm. Okay. Hm. Hm. Hm.